Hallöchen Popöchen und es gibt wieder ein bisschen Krieg Krieg mit uns allen Ich weiß nicht, darf man das so sagen, Krieg Ich glaube nicht, ja Nee Ich lasse es mal lieber, Krieg Nein Ähm, ja Newtorn, wie gesagt Heute gibt es Gemetzel Oder auch nicht, vielleicht ist keiner da und wir stehen Die ganzen Wichse, die kommen jetzt von der Schule und von der Arbeit, hocken sich an Rechner und tun erstmal unschuldige Profits und Green Texas töten Ja, und dann machen wir eine Erdnussbutter-Party Bitte was? Ich stehe auf Erdnussbutter Ah, ha, 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 ha Nein, das tust du nicht Ich hab noch nie Erdnussbutter gekämpft, um es zu meiner Schande zu geben Ah, wenigstens ein von drei Ich hätte eine Granate werfen müssen, das wäre schön geworden Hm Hey, ein Assist, warum auch immer Hey, wir fliegen auch auf die Tür Ah Nein, nein, nein Ah, der hat so ein blödes Oh, ich weiß jetzt, was ich mach Ich nehm mich das MG Ähm, ihre Klasse erinnert sich bei mir Alter, warum ruckelt das denn so exzessiv Boah Boah, stopp, meine Alter, was geht hier ab? Ah, irgendwas hat mich getroffen, aber ich weiß nicht was Ich hab das Gefühl, ich werde gleich ziemlich sterben Nein Jetzt bin ich tot Was? Ah, wenig hat er den auch mitgenommen Hey, ihr weißt doch eben Da wartet der am Sporn, der Wichser Alter, warum ruckelt das denn so? Oh nein, warum lade ich denn nach? Ich hab doch ein MG Lustiger Mensch Warte, lass mich noch nachladen, Mensch Danke Renn aber bitte nicht weg Hallo, wo ist denn? Au Ich mag Leute mit Tom Hauks nicht Alter, kommt Leute Gebt uns doch nur Chance, wir sind doch nur arme Kinder, die kein Geld haben Verbündete Anterkiller Stimmt, haben wir ganz viel Schulden beigebt Oh ja, hast du Egal Irgendwann vergisst es, stimmt Du, demnliche Wichser Ach, ich lade mal nach, wenn ich das MG habe, ob das ist schlecht, weil ähm Ja Ja Nein Nein, ich nachladen Aber sterben, äh, ne Was, hier ist der nicht getroffen Also hier mit dem MG ist ganz die schlechteste Variante Verwündete Anterkiller Drohne eingesetzt Erwischt Nicht erwischt Oh, ich hab ihnen einen Headshot gegeben Ein Headshot Der meint, der könnte ganz cool sich da hinlegen immer, wie die ganz coolen das immer machen, ne Äh, die wollen, äh, mal schlafen gehen Ja, und dann hab ich ihn halt einfach mal gefickt Weißt du, so mitten im Krieg, da wirst du schon recht müde Also manchmal würde ich mich auch einfach so, ach, chill out, tea time Tea time Einfach reinzimmern, die Scheiße Wenn Nebel ist, einfach reinzimmern Hat bisher immer ganz gut geklappt, jo Was ein Gemetze hier, heute in der Allianz Arena Meine Damen und Herren, das dürfen sie nicht verpassen Tickets sind definitiv ausverkauft, hier bei Dieter Super Show Ach, das ist... Nein Oh, ich hab Vollmantelgeschoss für die MG freigeschaltet Lustig Ich mag das MG, das ist ziemlich effektiv Das tut effektiv basieren Kastrien Kastrien Ha, vier Leute, Alter, vier Leute Und keinen getroffen Alter, dieser Krieger 0-0-0, gell Der hat locker mal so sechs Leute auf einmal erledigt, der Wichse Dr., äh, Red Pepper, der 537 Auch nicht schlecht, das ist in unserem Team, finde ich das gut Äh, ja, letzter Abschuss, yay Jo, 8 zu 12, das war okay Ach, du Scheiße Was ein Gemetze, Alter Und das vier Minuten lang, yay Das, den Battle Bossi Der hat sich auch voll bewegt Ja 12 zu 13, oh ja Man Oh, live 25, ein Freischalt-Token, den wollte ich haben Boah, wie viel ich freigeschaltet habe Eieiei, boah, ist ja cool Und Vollmantelgeschoss, das ist aber schön Äh, warte mal, ich wollte irgendwas machen So, Klasseneditor, habe ich vielleicht hier was Neues Langer Lauf, Schaden und Reichweite wird erhöht Hm Schmeißen wir für die Vollmantel weg Ach, Scheiße Nein, halt, nicht Moment Äh, das da Das da Fuck So, passt, ich bin bereit Hoffentlich Hoffentlich Ich noch nicht Geh mal eine Sekunde Oh Mann, warum geht der Krieger 0-0-0 nicht raus Ist der bei uns? Nein, der ist nicht bei uns Mann, wir haben nur die Loser Guck mal, die haben zwei Level 50er Ja, und den Level Du bist auch fast Level 50 Ah ja, also Ich will ja nicht angeben, aber Naja Kennst du Fuck you No, no, no Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir denn jetzt schon 4 Yeah Aber mit dem MG werde ich rakieren Ich glaube, ich weiß jetzt, warum es ruckelt Ich glaube, ich tue im Hintergrund gerade immer noch Äh, Dingens, äh, hochladen Äh, runterladen Bioshock Ah, ich muss mal ein Liedschock in Legends downloaden Einer aus meiner Klasse hat mir das sehr empfohlen Und ich möchte das jetzt mal austesten Oh, das fängt schon geil an Wow, ich hab ne Armbrust Ne Armbrust? Ne Armbrust Armbrust Ach, schlecht Nicht Leute, Leute, wie das duftet Was hat der gesagt? Populär, äh, was? Ich nix, äh Alba, al Araber Araber Tut mir leid Ich bin gebütiger Deutscher und werde nicht töten Ja, das Ding ist ziemlich geil Ich bin korrekter Deutscher Nur diese Armbrust Oh, irgendwas ist zu grad geflogen Ja, von meinem Armbrust Ich hab nur noch irgendwas durch die Luft fliegen sehen Ich wollte mal ausprobieren Ja, ja Das sagen sie alle Na, wenn sind sie doch schwanger Ich wollte sie ausprobieren Äh, was? Ernsthaft Ja Hallo, kommt ja auch mal So, so ne Art Gegner Ich tu dann, äh, jetzt gleich nach der Aufnahme mal die E-Mails checken Oh ja, das ist gut Weil wir unser Vorhaben, ne? Und so, weißt ihr Bescheid Und ich hab ihn getötet Ich hätte fast mit meiner Armbrust kastriert Oh, das ist ja echt brutal Das kommt gut Der Typ an diesem Riesen-MG nervt ja auch kein Stück Ich hab ihn gekillt Ne Dieser Krieger 0,0,0 hat dich getötet Ja, den mag ich nicht Ich mag den auch nicht Der bringt Leute um Alter, hier liegen drei Leute Na, Hilfe Ach, da ist gar keiner Ach, ich ist Idiot Na, geh weg Doch, da ist einer Hä? Irgendwas schießt What the hell? Boah, ich hasse so Ruhe, weil Ich bin schwarz Ich bin auch schwarz Aber ich bin Schmerzer Okay Okay, es geht nicht kaputt Genius Der ist gestorben Jetzt hockt da aber eine drinnen Meiner Oder auch ich Wah Wah Das war meine Du voll Idiot Du voll Idiot Löw Boah, ich hab' mit meiner Armut getötet Boah, ich hab' mit meiner Armut getötet Jackpot Jackpot Ich war voll drauf Ballacken Zwei Leute, Achtung Drei Leute Fuck Ich bin ein Warum renn ich weg Ich wollte dich, ich bin zurückgerannt und wollte dich vorwarten Hey, da kommen welche, hellig, nee, die sind schon da Hey, da sind welche Ach so, okay, boom Äh, ich hab' dich gesehen, du Wichse Ah, da bist du Ach, da hockt da einer in der Ecke zusammen Stalker Pass auf, da kommen welche runter Pass auf, da sind wir rot Nein Nein, 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 du hast keine Koordinaten empfangen Das war unser Blitzschluss Noch einer Ist unser Ach, dann ist gut Du siehst mich nicht Du pädophiler Drecksack, Alter Schon wieder dieser Krieger 0,0 Der 0,0 Hey, immerhin, das ist Ich gehe hier im Walde ganz still an Ich hab' vor lauter Schiss die Hose um Das hat so überhaupt keinen Sinn gemacht, aber egal Ich hab' vor gern der Tod kommt La 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 Oakland Ludwig was ist passiert so kommt der Sieg ist unser Los Ey, wir haben die so... Nee. Ich dachte, wir haben die ratiert. Wie schnell... Alter, wie schlecht. Wie schlecht war das denn bitte? Ah, Krieger 0, 0, 0, 0, 0 ist gestorben. Ah. Wir nennen ihn jetzt Krieger. Kriegero. Nein, ich hätte... Ey, Sieg. Ja. 15,9, das ist schon. So, wir machen dringend... Lol. Ja, den habe ich gesehen, statt hinter dem. Boah, der ist noch weggegangen. So, wir machen dringend Schluss in die Aufnahme, das heißt schon über 4 GB groß. What the fuck? Ups. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Ciao. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreibt mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. 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 Vielen Dank.